um ja moin leute und herzlichen willkommen zurück zu wo es in der europa handler wort mit ohne ich habe jetzt ein bisschen spät eingestellt deswegen noch mal für meine leute morgen auch von mir herzlichen willkommen in meinem kanal die da jetzt kommen die anderen die sind ja bei Marcel bei wem auch sonst glaube ich da eigentlich schon wieder ein bisschen laber nicht, starte ja gut ihr nehmt sich feier oder? äh ich hab die Japaner kann nur in die Hose gehen nein so akro wie ich jetzt gerade bin, ey das nicht in die Hose glaub mir bevor er schafft du 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 warum ich jetzt akro bin an die Zuschauer das brauchen wir nicht zu wissen das erzähle ich euch vielleicht später aber momentan ist privat oder es bleibt auch einfach privat ich bin Marcel das weiß richtig sagen wir mal so als Schulstress unter anderem unter anderem ja so kann man es dann leichter ausdrücken ja er ist halt nicht mehr Schule ja hat aber mit Schule zu tun wiii da ist er in dem Sinne hat es ja nichts mehr mit Schule zu tun dann halt mit Ausbildung ist mir scheißegal, du fliebst vor mir auch egal oh fuck die andere AEWR Verein hat mich reingeflogen da ist ein unser Bomber und du wollen mich sicher wieder abschießen, wie ich dich kenne warum ich schieße doch gar nicht ist es wieder die Landebahn ja das ist wieder diese Landebahn ja das ist wieder diese Landebahn ist hier vernünftige Flugzeug für mich ja ich geh auf die Spitfire ja ich kann wieder nicht landen ich hab schon wieder dieses Pondon 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 hört sich immer so wie nach Tampon an Pondon will die da landen kann ich dir nicht sagen das lässt sie bleiben Trapper LOL du hast eine Jack 1 hinter dir gehabt mir wurde schon wieder was kaputt geschossen ja das war die Jack 1 ich hab sie kritisch getroffen warum denn immer auf mich ey ich hab sie zerstört ich krieg die Krise, das war mein Skillflieger, den ich skillen wollte ich hab einen hinter mir ja ich kann was ich machen, ich bin noch im Sporn ich komm jetzt aber mit meiner HI 112 ich hab einen vor mir ich hab einen hinter mir das ist nicht nein, aus, nicht schießen bin doch nicht so wendig Leute, wenn ihr das jetzt seht dann hört auf auf mich zu schießen ach nee, das Video kommt ja jetzt später wo seid'n, wo bist'n du? nochmal hier zu landen wo seid'n ihr? äh, irgendwo unten am Fluss, aber... welchem Fluss? ach, da unten... äh, äh... ach, da unten bist du okay du hattest was hinter dir ich hab's trotzdem geschafft abzustürzen das hab' ich gerade... Flügel abgerissen das hab' ich gemerkt ja, ich weiß nicht, ob wir heute 5 Eugen schaffen es sind einfach nur 5... es sind 5 Flügel da es sind 5 Flügel da ja, die hat mir gerade den Flügel abgerissen nein, das war ein anderer ja, das hab' ich gemerkt nein, Spaß, ich weiß, dass man drüber das hab' ich leider getroffen ich hab' ich den mit runtergenommen ja, du hast ihn mit runtergenommen hast du aber keine Punkte dafür gekriegt ja, leider doch, für Abschluss rammst du auch ich hab' nicht da nicht gerannt ich hab' den beschossen äh... Mini-Kanone in Armflug ich sehe ich wieder den grünen Punkt nicht eh, verdammt doch da! ich bin vor dem Getümmel ich bin vor dem Getümmel da, ich sehe deine Schriftkostenleucht Leute, ihr wisst ja, ich muss mich erst mal wieder eingewöhnen ne leck sollte ich mich nicht Aua! was hab' ich hinter mir? was hab' ich hinter mir? äh... nichts dann war das der Bruchfeiter, der mich mit einem Querschläger getroffen hat Wolltest du ähnlich fliegen? nein pass auf ey treff nicht so, jetzt hab ich jemanden einmal kann ich mir auch mal Punkte für die Treffer geben? ich hab' irgendwas dickes hinter mir ich hab' ne 2mm geschossen oder dicker in meinen Hintern bekommen weg, 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 weg da, 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 da ich mach' ne SBN hier so weit unten wo ist jetzt meiner? verdammt da Aua, ich brenne mein Tank wurde getroffen ich hab' noch was dickes hinter mir ich hab' auch was ich hab' auch irgendwas hinter mir ich seh' aber nichts mehr ja, ich bin down ich versuche mir die die scheiß Dickets da zu holen rum so die die B B Y Kann jemand aufhören im Kreis zu fliegen? Wir haben Flugzeug zerstört B B Y Läuft Au Ich hab mich aber lange mit dem Flugzeug gehalten, muss ich sagen Du weißt ja wie das Spielchen nach der Runde aussieht, oder? Einfach einmal Taste drücken, ne? Hast du gehört? Hm Wo fliegst du? Momentan nicht Bist du dauernd oder hast du alle Flugzeuge kaputt? Du Ach du Scheiße Da kämpft er gegen den F2 Ja Tja und? Kriegst du sie? Ich treff sie auf jeden Fall Und dauernd ist er Ja 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 solange ich Punkte kriege ist mir alles gelegt Au Da schießen die Jack mit einem Schuss den Flügel ab Was ist das denn? Nein 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 Na Das sind ja eklig rum Ach wir haben schon hier verloren Ach wir haben schon hier verloren Bauter noch nicht ganz Die Flagge will ich noch haben Die Flagge will ich noch haben Welche Flagge An Das letzte Fahrzeug Also ein bisschen mit dem Knopf drücken wenn du die KI gezeigt hast Äh Stats Sorry KD KD So Zeig Ja Knopf drücken oder? Ne noch nicht Oh ich hab drei Abschüsse Nein Bist du soweit? Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen 3 5 6 7 8